Was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Silvester-Test und heute haben wir die Pyro-Conversion im Angebot. Ja, die gibt es seit letztem Jahr als Neuheit 2022 deklariert im Lidl für 19,99€, also für einen lockeren Zwanni in der Tash kann man sich die also mitnehmen. Das ist eine Fontänen-Batterie, also am Anfang eine Fontäne, eine Prachtfontäne, wie hier steht, die 100 Sekunden insgesamt andauert, also die Batterie und Anschluss der Fontäne dann 30mm Zerleger. Ja, dieses Jahr kostet sie wieder nur 20€, wurde ja schon im Prospekt geleakt, schauen wir einfach mal was die denn so taugt und ob sich die lohnt für einen Zwanni, ist ja schon ein bisschen Geld. Ich grüße meine Brühe. Ich grüße meine Brühe. Ich grüße meine Brühe. Also ich würde sagen, der Überraschungseffekt ist bei dieser Batterie auf jeden Fall gegeben. Wie die Leute hier im Hintergrund schon gesagt haben, am Anfang, man denkt, das ist nur eine Fontäne und dann auf einmal solche Zerleger, die sich auch nochmal steigern. Also ich gebe da eine Kaufempfehlung raus, die kann man sich definitiv auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn ihr die im Laden stehen seht. Nehmt sie euch mit für einen Zwanni, kann man machen, wirklich ein Überraschungseffekt, einfach einzigartig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, haut rein und ciao, ciao, ciao.